So Freunde, es ist soweit. Wir machen jetzt das erste Türchen auf, die 1 ist hier und dann schauen wir mal an. Also, gucken wir das mal an. Ich habe auch nicht elegant geöffnet. Oh, und da haben wir, ich hoffe man sieht, Material für ein Dropshot System. Für ein ganz leichtes. Ein vorgebundenes Vorfach, kleinen Gummifisch und ein Blei. Also das freut mich wirklich sehr, weil ich gerne jetzt öfter mal mit Dropshot angel. Und da ist das einfach perfekt, vor allem für die Stadt. Leichtes Barschangeln. Finde ich echt cool. Also das erste Türchen hat mich sehr begeistert. Das ist schon mal ein voller Erfolg. Das morgige Video wird später kommen. Also das hier wird jetzt mittags rauskommen. Das morgige Video wird dann abends rauskommen. Also ich hoffe, dass ich es zu Abend schaffe. Und wenn ihr dieses Video toll fandet, lasst mir gerne ein Like da. Also es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Für alle, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich gerne. Und ich wünsche euch heute einen schönen Advent. ... ... ...